Ja, Frau Köhn-Gallwitz, was haben Sie uns denn schön zum Vorsingen mitgebracht? Tja, also ich hätte da aus meinem Repertoire die Crystal von der Post. Bitte, bitte. Ich bin die Crystal von der Post. Hey, danke schon, Herr Schicht. Haben wir auch vielleicht was Klassisches? Ja, für die Königin der Nacht. Bitte. Ich bin die Königin der Nacht.